Musik Eines Tages hat ein Mann versucht, seinen Schatten loszuwerden. Aber ganz egal, was er versucht hat, ist es ihm nicht gelungen. Er wollte ihm davor laufen, er wollte über ihn wegspringen, er wollte am Boden mit ihm ringen, aber er ist seinen Schatten einfach nicht loswollen. Bis er eines Tages einen weisen Mann getroffen hat, der ihm gesagt hat, es ist doch ganz einfach, seinen Schatten loszuwerden. Man muss sie nur in den Schatten eines Barmes stellen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Geschichte ist für mich keine Freitagsgeschichte. Denn sie zorgt uns, um was an diesem Tag eigentlich geht. Das ist gar nicht so offensichtlich. Im Vordergrund steht ein grausames Spektak. Die Passion, die Leidensgeschichte Jesu Christen. Das Symbol dafür ist das Kreuz und der Gekreuzigte ein Instrument zur grausamen Hinrichtung. Und Gott, dieses Kreuz, so ein Folterwerkzeug, das beten wir Christen an. Absurd eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Aber hinter diesem Kreuz steckt mehr. Denn da hängt nicht irgendwer an diesem Kreuz, hängt der Sohn Gottes. Und dieses Kreuz zorgt uns, Gott selber hat unvorstellbares Leid ertragen. Und deswegen kennt er auch unsere Leid. Wir können uns Gott in unserem Leid anvertrauen, weil er uns versteht, weil er mit uns fühlen kann. Gerade in diesen Tagen, glaube ich, gibt es viele Menschen, die leiden. Nicht nur körperlich, gesundheitlich. Viele haben auch Ängste, Existenzängste. Sorgen und Angst vor der Zukunft. Und so mag ich Sie, liebe Schwestern, liebe Brüder, einladen, gerade den heutigen Karfreitag zum Nutzen des Kreuz ganz bewusst in den Blick zu nehmen. Ich glaube, jeder hat uns daheim. Oder wenn man einen Spaziergang macht, findet man bei uns überall Wegkreuze. Stellen Sie sich ganz bewusst in den Schatten dieses Kreuzes. Mit all ihren Ängsten, Sorgen, Nöten, mit all ihren Leiden. Freilich, Sie werden deswegen nicht verschwinden, genauso wenig wie unser Schatten verschwindet. Aber er wird empfangen. Und so werden unsere Sorgen, Ängste, Leiden von Gott umfangen. Er geht mit uns. Er trägt unsere Leiden mit uns. Und vielleicht führt das dann dazu, dass auch wir unsere Leiden besser ertragen. Er trägt unsere Leiden mit uns.